Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen, herzlich willkommen an diesem Dienstag, dem 31. August 2021. Ihr hört die Geek Talk Daily 1073 und heute, während dem im Hintergrund mein Backup noch läuft, haben wir die folgenden Themen mit dabei. Home Before Dark, MagVoc, Gen6, Kina, Strava, Nuki und Prime Phonic. Ich beginne gleich mit einer Serie, die es auf Apple TV Plus gibt. Eigentlich kostenpflichtig, weil das Ganze ja ein kostenpflichtiges Angebot ist. Wer sich neue Geräte von Apple kauft, bekommt das manchmal obendrauf, für ein Jahr oder so geschenkt. Jetzt für alle kostenlos ist die erste Staffel der Serie Home Before Dark. Wer sich das Ganze mal anschauen möchte, ich habe mir es schon auf die Liste gesetzt, obwohl ich ja eigentlich noch ein komplettes Jahr das Ganze nutzen kann, warte ich immer noch darauf, dass der liebe Ted Lasso in der zweiten Staffel komplett online ist und dann werde ich wieder mal die ganzen Serien durchsuchten, die ich da noch nicht gesehen habe. Also, wer möchte, kann ein bisschen reinschnuppern. Der chinesische Smartphone-Hersteller Oppo hat eine smarte Lösung gefunden, wie man zukünftig seine Smartphones laden kann. Wer denkt, man hat sich bei Apple inspirieren lassen, liegt da ziemlich richtig, aber kommen wir von Anfang an. VOOC, Fog oder wie man das auch immer ausspricht, ist die Schnellladefunktion von Oppo, um da ganz schnell ganz viel Strom reinzubekommen. Da sind sie fast führend oder ganz führend sogar in dem Bereich, da streiten sie sich immer ein bisschen mit Xiaomi und die wird jetzt erweitert. Man baut jetzt nämlich mehrere im Kreis angeordnete Magnete an die Rückseite des Smartphones ein und lässt es somit aufladen. Eben, MagSafe, MagVoc, wie auch immer. Nach Realme ist es der dritte Hersteller, der jetzt auch noch in die Richtung geht und ich mag ja die Geschichte, die Apple vorgestellt hat oder seit über einem Jahr im Einsatz hat, besser gesagt. Und somit mag ich das auch anderen Herstellern gönnen und somit auch anderen Kunden, wie euch vielleicht da draussen. Dann gibt es Neuigkeiten. Jetzt endlich bestätigt, nachdem es schon lange in den Gerüchten war und auch schon selber von Fossil gestreut wurde, ja, sie haben jetzt auch eine neue Uhr. Sie kommt mit dem Wear Prozessor 4100 Plus daher, hat 6 GB Speicher, Bluetooth 5, NFC, WLAN, GPS und alles, was man so braucht, mit dabei. Es soll 24 Stunden durchhalten können und es gibt auch einen Low-Power-Modus. Wer jetzt denkt, ja, das klingt ja ähnlich wie bei der letztens erst vorgestellten Samsung Galaxy, ich glaube der vierten Uhr. Ja, das ist so, weil grundsätzlich gibt es da nur beim Äussern Unterschiede, vor allem Unterschiede, denn die Technik ist ja bei den meisten dieser Android-Watches die gleichen. Ist auch 30% schneller als das Vorgängermodell und hat ein OLED-Display verbaut. Dazu komme ich aber später noch nicht zum Display, sondern zu der Uhr. Ich hoffe, ich kann da einen Blick drauf werfen. Jugendliche in China, und das ist schon länger in den Themen mit drin, werden eingegrenzt beim Spielen. China hat nämlich Angst, dass die Jugendlichen spielesüchtig werden und deshalb schränkt man es auf drei Stunden pro Woche ein. Minderjährige dürfen nur noch drei Stunden in der Woche auf dem Smartphone daddeln. Also PlayStation und Xbox, also Konsolen generell, sind da drüben kaum ein Thema. Auch nicht unbedingt das Gamen am Computer. Aber eben, wenn man es über Tencent macht, wird das zukünftig eingeschränkt auf dreimal eine Stunde und das eben insgesamt drei Stunden, also drei Stunden pro Woche wird man eingeschränkt. Finde ich ein bisschen heftig, aber China hat Angst, die Obermacht gegenüber den ganzen Technologiekonzernen zu verlieren. Das sieht man parallel zu den Staaten. Da ist aktuell auch Säbelwetzen in der Richtung angesagt. Und ich bin sehr gespannt, wohin das führt. Aktuelle Bewegungen gefallen mir da nicht so. Übrigens ist die Einschränkung nicht ganz so, in dem Sinn drastisch. Zumindest war es bislang schon eingeschränkt. Minderjährige durften pro Tag maximal 90 Minuten gamen. Dann gibt es Neuigkeiten zu Strava. Und da hoffe ich doch ganz stark, dass das keine wickige Neuigkeit ist, sondern dass sich Strava meldet und sagt, dass da noch was anderes kommt. Denn zukünftig soll der Dienst nicht mehr kompatibel sein für Wear OS Uhren mit Wear OS 2X, also 2. irgendetwas, nur noch mit der 3er Version. Das hässliche daran ist, dass ja die meisten, also sozusagen 99,9% aller Google Smartwatches, also von all den Herstellern, die es da draussen gibt, kein Update auf dieses 3.0 bekommen und ihr euch deshalb neue Uhre kaufen müsst. Also wenn das wirklich so ist, würde ich mir zukünftig überlegen, in ein anderes Betriebssystem zu investieren, was Smartwatches anbelangt. Tyson gibt es ja leider nicht mehr von Samsung, aber das ist schon sehr hässlich, was da Strava, Google und Samsung und Co. aktuell abziehen. Wenn es wirklich dann so kommt. Bitte nochmals. Dann gibt es, ja, machen wir es wieder mal, ein bisschen Gerüchte. Nämlich soll Google das bereits vor kurzem schon ganz knapp angeteaserte neue Pixel 6 Pro, 6 und 6 Pro Smartphone noch vor dem iPhone, also dem Apple Smartphone, dem kommenden vorstellen. Es soll anscheinend am 13. September schon soweit sein und nicht erst im Oktober, wo sie das neue Smartphone zeigen werden. Wir dürfen sehen, Apple soll, und auch da wieder Gerüchte, am 14. September soweit sein. Zumindest wird es mir bei Apple egal, wenn sie es vorstellen. Eine Woche später kann man es bestellen und nochmals eine Woche später wird es ausgeliefert. So in dem Dreh rum. Mal schauen, wie das dann bei Pixel phones ausschaut. Zu den Techniken da drin, da habe ich mich ja vor kurzem schon mal ausgelassen. Generell übrigens, ja, wird ein heisser Event oder ein heisser Monat, besser gesagt im September. Xiaomi stellt sein neues Flaggschiff vor. Vivo stellt sein neues Flaggschiff vor. Wen haben wir noch? Samsung hat es gerade vorgestellt. Und Oppo, genau, die haben ja noch das Renault 6, was sie zeigen werden. Wenn ihr ein smartes Türschloss aus dem Hause Nuki habt, dann könnt ihr aktuell, wegen technischen Problemen, nicht aus der Ferne das Schloss öffnen. Es geht vor Ort über Bluetooth, die direkte Verbindung etc. Das funktioniert alles, aber aus der Ferne funktioniert es nicht. Nuki hat anscheinend kleinere oder gröbere Probleme in der IT bei sich zu Hause auf den Servern und ist das Ganze am fixen. Ich bin mal gespannt, wie lange das gehen wird. Apropos Haustüre. Ich werde es verlinken in den Shownotes. Noch ein neues Video, was ich euch gestern, glaube ich, veröffentlicht habe auf dem Pogipsi Network Kanal. Ja, da habe ich den Google Nest Doorbell gecheckt und da habe ich zwei Endgegner. Welche das sind, das könnt ihr auf daily.tiktok.ch nachklicken oder ein Podcatcher eures Vertrauens. Da ist der Link mit drin. Zu guter Letzt habe ich noch Neuigkeiten zum Streaming-Dienst Primephonic. Wer das bis jetzt noch nicht kannte, das ist ein speziell auf Klassik ausgerichteter Streaming-Dienst. Der wurde jetzt übernommen und zwar von Apple Music. Die integrieren das in der eigenen App und Apple soll anscheinend im nächsten Jahr eine eigene klassische App, also Klassik-Musik-App auf den Markt bringen, wobei dann eben die ganzen Metadaten und Geschichten, die eben bis anhin Primephonic ausgemacht haben, weiterbringen oder mit reinbringen. Kunden des Dienstes bekommen sechs Monate Apple Music spendiert und Apple Music Nutzer bekommen, wie gesagt, nächstens bessere Metadaten etc. und eben bessere Möglichkeiten, um klassische Musik zu suchen. Ich freue mich schon sehr und muss mir, glaube ich, wieder Apple Music zulegen, denn ich brauche immer klassische Musik zum Schreiben von meinen Testberichten. In diesem Sinne, euch einen schönen und erfolgreichen Start in den Tag. Wir hören uns gerne in der nächsten Episode wieder. Bis dann, euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.